Ich bin gespannt! Okay, er macht doch mal ein Selfie von sich. Ist das eine Giga-Dynamax? Auf jeden Fall! Was ist das denn für ein Hochhaus? Den hab ich ja noch nie gesehen! Was geht ab, meine Damen, meine Herren, zu einer weiteren Part des Let's Plays! Zu Pokémon-Schwert-Naslog-Edition! Im letzten Part hat uns die Naslog mal wieder hart getroffen. Wir haben ein Pokémon verloren durch meine eigene Dummheit. Meine eigene Dummheit, Leute, es tut mir leid. Hecht ist gestorben, da ein Madakamba einfach mal Blut saugen wollte. Und das war das Blut. Aber, ne, mit einem Verlust kommt neue Kraft und Gockel ist zum Leben erwacht. Fragt mich nicht, wie, aber Gockel lebt. Auch wenn er nicht so danach aussieht. Und seine Nase putzen sollte. Aber cool, ich bin sehr gespannt auf Gockel. Vor allem auch auf die Shiny-Version. Wir gehen jetzt in die Arena hinein und holen uns den 8. Orden von Roy! Here we go again! Ich bin sehr gespannt. Mit einem Levelball! Okay, krieg ich hier keinen neuen Ball, oder? Nö, krieg ich nicht. Okay, dann geht's einfach hier rein, oder wie sieht's aus? Die Arena schnärzt sich langsam, aber sicher nicht im Ende. Du bist weit gekommen. Oh yeah, ich bin bereit für Roy! Leute, letzte Arena-Challenge. Wir werden auf jeden Fall noch Schild spielen. So ist es nicht. Aber jetzt geht's erstmal ran hier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Here we go again! Wir bleiben Troy, Roy. Es lädt sehr lange. Was bedeutet das? Das Spiel ist tot? Nein. Lol, hier ist die Challenge. Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen. Wow, nicht mal 10. Also, Good Zero. Erklär dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur drei von meinen höchstpersönlich ausgewählten Arena-Trainern besiegen. Das ist alles. Ach ja. Und was? Und etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander. Nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist der Tod für jeden As-Log. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mal deine Tricks, die du auf Lager hast. No way. No way. Das sind jetzt deine Elite-Trainer. Bin schon zur Stelle. Roy hat mich zwei Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon. Und zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen kann. Willi, der mit Gockel. Wir müssen doch Rücksicht nehmen, Raphael. Was ist mein anderer Lied denn? Pelipper und Viscopo. Okay, er nutzt den Regen also. Aber wir haben zwei Elektro-Pokémon vorne. Zwei Elektro-Pokémon. Und alter Schwede. Gefriertrockner ist einfach doppel effektiv auf Pelipper. Das ist einfach. Und Elektro-Tacken auch. Das heißt, es ist einfach super broken, was wir haben. Overdrive. Gockel hat Statik. Aber Gockel wird auch nicht getroffen davon. Von daher alles fein. Overdrive. Bam, 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 bam. Rock Band. Also das ist ja wohl noch gerade kein Problem für uns. Also der ist down. 49 für Stitchy. Die friertrockner. Oh, er ist so süß, der Gockeli. Er ist so süß. Also ich bin gespannt, wie du das Fell für dich nutzen wirst, mein Freund. Ich sehe da irgendwie keinen Vorteil gerade. Aber Raphael wurde besiegt. Doppelkämpfe gehen richtig ab. Aber man braucht dafür eine ganze Menge Grips. Bruder, ich habe Grips. Ich lasse ein Wasser-Pokémon bei Pflanzen und Elektro drin. Prost Mahlzeit, Leute. Ich bin's. Zero of Time. Der klügste von allen. Die sehen auch wirklich aus wie so Elite-Trainer mit der Drachen-Uniform und allem, was dazugehört. Finde ich mega nice. Wir können sogar noch mal saveen oder was anderes einsetzen. Aber ich finde unsere Taktik so ganz nice. Wir haben Overdrive. Wir haben zusätzlich gefriertrockner. Das ist halt gut so. Lorraine. Okay, Tor, Tornator. Und? Ich hätte damit rechnen können, dass jetzt auf jeden Fall Feuer kommt, ne? Dürre. Ja, mit Feuer hätte ich rechnen dürfen. Ich habe aber Surfer. Das trifft aber auch alle. Das ist ein bisschen dumm. Vor allem, wir haben jetzt Dürre draußen, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich sollte definitiv switchen. Ich sollte definitiv switchen. Ich brauche... Ich sollte gar nicht drüber nachdenken eigentlich. Aber was ist mein Switch? Ich habe kein vernünftiges Switchen. Snaily ist eventuell ein Switchen? Ja. Aber jetzt auch kein guter. Er ist kein guter Switchen. Overdrive. Ja, mein Gott. Let's go. Vielleicht kriegen wir eine Para oder sowas. Ich glaube, das macht aber keine Para. Das macht einfach nur massiv Damage durch Punkrock. Durch den Rocker in dir. Lol. Was ist das? Ist das diese Falle? Panzerfalle. Wie funktioniert das noch? Das macht super viel Schaden. Das weiß ich noch. Wie funktioniert Panzerfalle noch? Overdrive? Obwohl, Nona ist einfach fast gestorben, ey. Panzerfalle kommt jetzt. Hä? Oder löst sich aus der Panzerfalle? Ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert, Leute. Ich habe auch gerade irgendwie nicht ganz genau gecheckt, wie das ging. Oh, ich darf auf keinen Fall Dampfwalze einsetzen. Auf keinen Sinn. Und wir setzen wieder Overdrive ein. Komm. Er macht wieder Panzerfalle. Ich glaube, er muss eine Runde warten, oder? Ich will mich nicht sehen. Wir können doch gleich mal gucken, was da steht. Nochmal Irrlicht. Wir müssen mit Pferdestärke treffen. Obwohl, Overdrive trifft der Save. Von daher, alles fein. Overdrive. Nice. Wir wollen Nona ist down. Keines Nerviges etwas. Stand da jetzt was? Pferdestärke. Okay, das ist wahrscheinlich down. Wurde besiegt. Dann kommt auch keine Panzerfalle zum Einsatz. Aber ich glaube, Panzerfalle funktioniert so. Ich habe Tortonator so selten gezockt, dass ich weiß, was dieser Tag geht kann. Was kann der nächste vom Wetter haben? Vielleicht Hagel? Gibt es einen Eisdrache? Es gibt Kyurem. Gibt es noch einen anderen Eisdrachen oder sowas, den er haben könnte? Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Auch wenn jetzt Viskogon oder sowas jetzt nicht Wasser war. Aber dass man da mit dem Wetter so ein bisschen spielt. Finde ich ganz nice, dass man das mal aufgreift. Habe ich, äh, ich habe doch irgendwie Anti-Feuer-Feuerheiler. Dankeschön. So, machen wir dich wieder fit. Machen wir dich wieder fit. Und dann sollten wir einfach wieder rein starten können. Warum nicht? Let's go. Also die letzte Arena ist halt einfach Classic, wirklich. Classic Battles. ist aber okay. Finde ich. Habe ich kein Problem. Mediraz. Und Rex Blisa. Okay, Eis. Haben wir mit Eis ein Problem? Nicht wirklich. Nicht wirklich, würde ich behaupten. Wir haben halt sehr effektiv. Boah, das könnte ich droppen. Aber ich glaube, ich töte lieber erstmal Mediraz, weil der ist, glaube ich, ein bisschen gefährlicher. Und Überschallknall trifft auch alles, ne? Ja, Schlammwurge trifft auch alles. Ach, so Kacke, Alter, ey. So ein Kack. Kann ich erstmal Wangenrubler machen? Ja, ich mach erstmal Wangenrubler. Warum denn nicht? Kriegt er eine Para? Vielleicht kriegt er eine Fullpara. Der andere soll es safe down gehen, oder? Gefriertrockner. Ja, ich weiß nicht. Ich kann Gockel, glaube ich, nicht so vertrauen bisher, oder? Ja, Gockel, komm, Gockel. Gockelino. Gockel, Gockelino. Let's go. Gockel, oh, er nimmt Slam. Gockel, du slammst dir nichts. Und wir kriegen die Fullpara. Der glückliche, glückliche Glückspilz hier, Alter. Leute, gecallte Hacks sind keine Hacks. Ihr wisst Bescheid. So, Antikkraft hinterher. Bam. Und du machst nochmal den Overdrive, weil Overdrive, Overdrive ist. Overdrive! Bam! Das macht so viel Schaden einfach, ey. Das war ein Crit. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Das war krass. Das war kranker Schaden, Bruder. Und hier, die fossile Kraft meiner Geschwister. Hier sind meine Brüder und Schwestern, Bruder. So. Äh, nice. Das war jetzt nicht so schwer. Aber ist der Arena-Kampf am Ende auch doppelt? Weil ich glaube nicht, dass man da eine Dynamax einsetzen kann. Ich glaube nicht. Großartig, Zero. Wie erwartet, hast du meine Arena-Mission gemeistert? Damit Zeit. Auf ins Stadion. Okay, kommt es jetzt wirklich schon zum Kampf? Ne, ich kann mich noch auffallen. Okay. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Einmal... Nein, nicht Jimmy. Einmal ihn. Dankeschön. Wir haben alle Items drauf. Ähm. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Here we go. Let's go. Letzte Arena. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gockel auch. Gockel ist ready, Alter. Ich bin gespannt, ob Gockel die Arena überleben wird. Gegen Roy. Das ist ausgerechnet du als erster Arena-Challenger bist. Aber wenn Dalyon so viel auf dich hält, wundert mich nichts. Dass du es endlich soweit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst Dalyon besiegen? Dafür musst du erstmal an mich, seinen größten Rivalen, vorbei werden. Wahrscheinlich. Oder klein kriegen. Ich werde dir heute eine harte Tour zeigen. Worauf du dich da eingelassen hast. Äh. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also dann. Auf geht's! Also Doppelkampf plus Dynamax. Das funktioniert also doch. Alter Roy, du siehst so fucking good aus. Ich könnte mich glatt verlieben. Libeldra und Brokkolos. Sandsturm. Libeldra ist nice. Das kriege ich easy down. Aber ich muss da auf jeden Fall mit Riffix raus. A.K.A. Stitch. Ein sandiger, sandiger Sandsturm. Weht, ihr Winde und beschwört einen Sandsturm. Okay. Tschüss, liebe Eldra. Pokémon. Was kann gut Bohlenattacken abfangen? Snaily wäre eigentlich der Way to go. Könnt auch Charly einsetzen. Naja, Snaily ist okay. Snaily ist fine. Aber was für Wettereigenschaften kann der haben? Der hat jetzt... Der hat jetzt die. Was kann er noch haben? Ich bin sehr gespannt, was sein nächstes... Oder was sein nächstes Pokémon sein wird. Breitseite. Was macht das? Ist das nicht so eine Switch-Attacke? Ne, Attack-Minus. Okay, Attack ist fine. Der Attack ist fine bei Gockel. Gockel wird jetzt nämlich einfach dich trocknen. Aber sowas von in die Eiszeit rein. Ciao, Libeldra. Mach's gut, Bruder. Mach's gut, Bruder. Vielfach effektiv. 50 für Stitch schon, Alter, ey. Einrollen. Einrollen für... Uh-ha. Will ich Wirbel behalten für Einrollen. Einrollen ist halt schon verdammt geil. Ich hab Wirbel noch nie gebraucht. Ich nehm Einrollen mit. Ich nehm Einrollen mit. Warum nicht? Sandgrab. Okay, auf was? Okay, nicht auf Gockel. Das ist fine. Das ist fine. Was hat er jetzt? Ich seh' Sann-Dynamax, sobald ich neues Pokémon sehe. Sanaconda. Okay. We know it. Sanaconda hat ne Giga-Dynamax. Wie gern ich jetzt einfach einen Surfer droppen würde, ne? Aber abwarten, abwarten, abwarten. Sanaconda kann das... Moment, ich bin Elektro. Ich bin Elektro. Ich muss switchen. Ich darf hier nicht einfach drinnen bleiben. Ich dachte, der ist Drachen-Arena-Leiter. Vielleicht auf Charlie switchen? Ich muss auf jeden Fall mit Gockel raus. Auf Gockel muss... Gockel muss auf jeden Fall raus. Pferdestärke auf Broccolos? I guess. Gockel muss auf jeden Fall raus. Da ist Charlie der bessere Play. Macht er Dynamax? Er macht keine Dynamax. Pferdestärke trifft. Macht guten Schaden. Sehr nice. Erdkräfte. Okay, setzt aber es auf Snaily ein. Oh, das macht aber gut Schaden. Bitte nicht Body Press. Bitte nicht viel, bitte nicht viel, Snaily. Oh, das war ein Geschwitz. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass die so viel Schaden machen aus Snaily. Sand Grab, bitte nicht viel, 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 Snaily. Gar nicht geil. Gar nicht, gar nicht geil. Dem kann ich erstmal eine Death aufbauen, was ganz gut ist. Ja, Leute. Zweiter Tod. Beziehungsweise vierter Tod insgesamt. Trommelschläge. Kill. Erstmal Broccolos. Erstmal eine Seite clearn. Und du setzt Reflektor auf, bitte. Sofort. Sofort, sofort, sofort. Ah, Snaily war auch so ein unnötiger Tod. Ich hätte es beschützen können. Aber, mein Gott, was hätte ich anderes einsetzen können, ne? So, ist es safe. Snaily tut weh, weil es halt echt nicht bad war. Aber, ich komm drüber hinweg, sag ich mal. Man kommt drüber hinweg. Jetzt kommt eine Dynamax aber. Du. Hat der eine Giga Dynamax? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Muss er aber haben. Okay, was ist unsere... Wir haben den Reflektor draußen, das ist fein. Aber ist der vielleicht speziell? Geh ich in die Dynamax einfach mit dem Jungen? Wir können halt nicht viel machen gegen sein großes Dynamax-Ding, ne? Aber ich kann dann Sanaconda auf jeden Fall safe weghauen. Das ist wichtig. Sanaconda muss weg. Und ich... Der Stahldrache. Oder ist der Eisdrache? Der Stahldrache, glaube ich. Stahldrache. Ja, er ist Stahldrache. Stahldrache. Kann das irgendwas gegen mich? Ich glaube nicht. Hoppala. Ich darf nicht vergessen. Ich darf nicht vergessen. Wir sind auch gepaarrt. Egal. Ich muss Lichtschild rauskriegen. Ich muss Lichtschild rauskriegen, weil ich glaube, der ist speziell. Weht ihr, wenn denn meine Partner... Wird's jeden aus dem Stadion fegen? Oder pusten? I don't know. Ich bin gespannt. Okay, er macht nochmal ein Selfie von sich. Ist das eine Giga-Dynamax? Auf jeden Fall! Was ist das denn für ein Hochhaus? Den habe ich ja noch nie gesehen. Bruder! Bruder! Halber Eifelturm bringt er hier mit. Aber gut. Aber gut. Ich finde, das letzte Pokémon ist durch den Crit gestorben, was glaube ich nicht unbedingt gemellert hat. Und das Pokémon jetzt ist auch wieder durch den Crit gestorben, der höchstwahrscheinlich gemellert hat, weil sonst hätte ich es halt gerettet. Wieder nur durch Crits. Immer nur durch Crits, Leute. So, das Feeling ist big time. Letzter Arena. Lichtschill kommt raus. Super, Jimmy. Wir sind geschützt. Wir sind geschützt. Dünner Brocken. Auf, Jimmy. Wir haben einen Reflektor draußen. Wir haben einen Reflektor draußen. Das ist fein. Das ist absolut fein. Feuerzahn. Okay, es macht Schaden, aber es geht. Komm, du musst durchkommen jetzt. Charlie, 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 Charlie! Bam, 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 bam! Tschüss, Anaconda. Hau rein. Hau rein. Crit. Ich glaube nicht, dass der gemeinert hat. Und wir holen das Grasfeld raus. Sehr nice. Dadurch sind wir nochmal ein bisschen geboostet. Aber ich glaube, Stahl resistet auch Pflanze. Von daher sind wir da nicht so gut jetzt mit. Und Jimmy muss safe raus. Jimmy muss safe raus. Durch das Graffeld machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden mit Charlie, was ganz cool ist. Aber wir sind auch gepaaret halt, ne? Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit Jimmy angreifen, weil es halt Schaden macht. Ich mache Flora trotzdem, weil wir halt Dynamax sind. Und was ist jetzt der Play? Dünner Brocken setzt der ein. Ja, Snelly war unser Konter dagegen, ne? Vom Stahl-Pokémon. Da kann ich nicht einfach jetzt Bad Boy einsetzen. Das ist mega dumm. Auch wenn er gute Moves dagegen hat. Stitch. Gockeli. Das Ding ist, Dynaprocken ist ne Gesteinsattacke. Es ist Gestein. Aber wenn er ne Bohrenattacke hat, ist Stitch halt safe down. Da hab ich halt absolut keinen Bock drauf. Aber ich muss es, glaube ich, machen. Ich muss es machen. Ja, ich muss es, glaube ich, machen. So, Stitchy, let's go. Dünner Brocken nochmal. Auf, Stitchy. Auf, Stitchy. Das zieht gut dafür, dass wir einen Reflektor draußen haben. Dünner Flora trifft. Das macht gar nichts. Macht absolut gar nichts. Sandsturm legt sich, was schon mal ganz cool ist. Kriegen jetzt alle ein bisschen Recover halt durchs Grasfeld, was ein bisschen bad ist. Ah, vielleicht ist die Recover-Power jetzt halt wichtig, damit wir nicht unbedingt gewanschattet werden. Dünnerschwarm. Das zieht doch Angriff runter, oder nicht? Ich mein schon. Ich mach den einfach. Wangenrubbler über Scheinknall. Wir haben halt auch nichts auf dem Jungen, ne? Das ist das Ding. Ich hab halt nichts. Ich kann den nicht einsetzen, der ist gegen Stahl nicht effektiv. Ich hab grad ein Riesenproblem. Ich hab grad ein Riesenproblem. Soll ich einfach auf Overdrive gehen und hoffen auf ein bisschen Schaden? Aber der, es wird halt auch resisted. Kann ich den Paran in der... Ich glaube schon, dass ich ihn Paran kann. Paran wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. Dünner Brocken igen. Das ist fein. Das ist fein. Das ist absolut fein. Bitte kein Crit. Okay, jetzt sogar auf Charlie. Er hol den Sandsturm wieder raus. Das ist das Problem. Aber dafür kriegt er jetzt eine Para-Safe. Das schon mal wichtig ist. Das heißt, wir sind schneller. Wangenrubbler kommt. Wangenrubbler trifft. Nice. Para ist drauf. Sehr gut. Sehr gut. Dünner Schwarm. Das macht Drops, mein ich. Das macht Drops. Drop. Drop the Special Attack. Ich weiß. Ich glaube, er ist speziell. Ich glaube, er ist speziell. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So, wir wandeln uns jetzt wieder zurück. Er eigentlich auch, ne? Ja, wir sind wieder klein. Charlie ist wieder klein. Er ist auch wieder klein. Okay. Das heißt, wir sind jetzt auch schneller, weil wir jetzt als erstes zurückverwandelt haben. Jetzt ist er so ein kleiner Pups, Alter. Baller. Trommelschläge. Baller. Und du machst jetzt einfach... Komm, mach den Overdrive. Das macht Schaden. Das macht Schaden. Egal, was es ist. Das macht Schaden. Stitch! Oh, Bruder! Ich darf Stitch echt nicht unterschätzen, ey. Stitch ist einfach so ein Monster. Komm, Gras fällt Trommelschläge. Reflektor ist noch da. Gut, dass es kein Crit war. Wenn das gecritzelt hätte, könnte das... Oder hätte das ins Auge gehen können. Und Gras fällt ist halt auch noch da, ne? Aber er wird jetzt heilen. Wenn er heilt. Reflektor halt aufzuwirken. Heilt er. Er heilt nicht! Come on! Woo! Achtung! Let's go! Let's go! Nice! Und Gocke Level 50. Sehr gut. Leider mit einem derben Verlust. Sehr ärgert. Selbst wenn ich verliere, gebe ich eine erstklassige Figur. Hab Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Okay, boy. Okay. Das war ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nicht all Sonnenschein. Ha! Von wegen! Glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich prallte oder geprahlt habe, dass ich Dallions größte Rivale bin? Und wenn schon. Das nützt auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hochnäsig kapiert ihr, weil es ein Hochhaus. Haha. Hier nimmt das als Zeichen eines Sieges. Das ist der Drachenorden. Obwohl er nur zwei Drachen-Pokémon hatte. Und seine Hand ist riesig, Alter. Und damit haben wir alle Orden. Alle acht. Let's go! Du kannst jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Jetzt besitzt du alle Orden der Galerie. Um Dallion herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar? Sonst wäre mein Niederge gegen dich bedeutungslos. Alles klar, Bruder. Machen wir! Alle Orden, Leute. Ich kann's nicht fassen, Alter. Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champ Cap. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Zero! Es geht ab, Roy. Ich will nicht die Länge aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Erstens wollte ich dir als Zeichen meiner, oder meines Respekts noch die ETM 99 geben. Okay, ist das Drachenklaue? Okay, Breitseite. Ist die neue Attacke, die Doppelkampf gut eingesetzt werden kann. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die macht, aber ist okay. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der Drachenarena geben. Ist die geil? Wenn die so aussieht wie er, fällt die, glaube ich, sehr fresh. Oh, yeah! Oh, yeah! Und du, Roy, musst du mir nun deine Stärke beweisen. Achso, und du, Roy, musst du mir nun deine Stärke beweisen. Ah, da ist er ja endlich der, die uns kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt mir mich gar nicht in die Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und ich bin stärker, als du dir je vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy Zero natürlich auch meinen Bruder. Einfach jeden von euch. Masko Zero. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir vor, fleißig in der Naturzone zu trainieren. Gerne doch, gerne doch. Leute, alle acht Orden. Alle acht Orden. Geil. Hallo Zero, dein Sieger Roy war echt beeindruckend gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena Challenge bestanden. Dann kann ich dir nur gratulieren. Dann müssten wir eigentlich feiern. Oh, Sanya. Ich kann mir schon was vorstellen, aber dafür bleibt uns leider kein... Nein, das gibt's doch nicht. Sie verpasst mir gleich den Korb, Alter. Irgendwie hasse ich und liebe ich diese Frau, ey. Dieses Licht über Clay City, äh Claw City, ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen war damals, also als unzählige gigantische Pokémon in Gala wüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hatten. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamics Phänomen nur durch die Energie, der in der... Doch, nur durch die Energie, der in der Gala-Region eingeschlagene Wunschsterne möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und Schild aus der Legende. Sanya, liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Was? Äh, ist das nämlich noch ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin noch, noch gar nicht, äh, weit mit meiner Forschungsarbeit und noch gar nicht fertig. Und genau deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Okay. Sanya! Sanya! Danke! Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die ein Skala von der finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma! Ich will unbedingt sehen, wie du Hopp, äh, wie du, wie du und Hopp, oder Hopp, gegen Deleon kämpfen, weil nur einer kann gegen Deleon kämpfen, Leute! Also überlasst den ganzen anderen Kram ruhig mir und geht nach Score City, okay? Los, ab zum Bahnhof! Der nächste Zug fährt bald ab! Der nächste Zug fährt bald ab, Leute! Ich bin gespannt! Es geht nun Richtung Liga! Beziehungsweise, Liga gibt es ja nicht mehr! Und wir sind komplett falsch! Bruder, lass mal wieder nach oben! Es geht zum Champion Cup! Und das war das, worauf ich mich am meisten gefreut habe damals! Aber, zunächst fehlt uns erstmal noch ein Pokémon! Wir haben nur noch fünf Teammitglieder! Da, leider eins gestorben ist und ich gehe das erste Mal in diese Box dran! Hoppala, wo ist es denn hier? Snaily! Es tut mir leid, du hast uns treue Dienste erwiesen! Und jetzt gehst du leider! Muss ich wirklich urgel jetzt mit dem? Ich nehm' mir erstmal Urgel mit! Aber, mein Gott! Es ist so bad and sad! Kann ich mich auch aufheilen? Bin ich aufgeheilt? Ich bin aufgeheilt, okay! Ja, Leute! Zwei Pokémon verloren in zwei Folgen! Ich glaube, es wird noch krasser jetzt mit dem Champ-Turnier! Mal gucken, wie viele unserer Pokémon uns noch am Ende begleiten werden! Vier Tode haben wir bisher in der Nasslock! Das ist noch nicht so viel! Das ist tatsächlich noch nicht so viel! Hier ist noch der Dude, der mich Krapfel zeigen muss! Der müsste hier sein! Genau, hab ich auch noch nicht gemacht! Aber ich hab' einen Krapfel inzwischen gefangen! Und hier kann ich surfen, oder? Den kann ich leider nicht! Schade! Schade! Ich dachte, hier kann ich surfen! Dammit! Ist hier ein rote Ende? Ja, hier ist ein rote Ende! Wo ist der Bahnhof denn? Da müsste ich hin! Klaus City ist so eine schöne Stadt! Und die ist so groß! Da findet man... ...den Bahnhof nicht auf einmal! Wo könnte er sein? Ich hab' gedacht, einfach nach unten! Aber ich glaube, ich muss noch hier lang! Genau! Ich muss hier lang! Da ist der Bahnhof! Okay! Ich vertausche das gerade mit Engine City so ein bisschen! Auf geht's, Leute! Hey, stopp! War zu Zero! Ich hab Roy besiegt! Alles, was ich brauche, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen! Und zack! Geschafft! Okay, Hoppy! Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner! Aber du hast dir von mir den Drachenhorn erkämpft! Daran lässt sich nix rütteln! Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen! Hört sich gut an, ihr zwei! Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alles gebt oder alles aus dem Weg räumt und sich einer von euch den Showdown mit Dallion liefert! So, was machen wir! Ich bin natürlich der Favorit! Und gleich dahinter folgt Zero, mein direkter Rivale! Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy! Oh, Zero, unser Zug ist da! Ich dachte, du willst jetzt erst kämpfen, Alter! Da hab' ich gerade gar keinen Bock drauf! Absolut nicht! Leute! Wir werden im nächsten Part hier weitermachen! Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird! Wir haben wieder eine coole Zugfahrt mit Cutscene und allem! Wir sind wieder beide im Modus, beide angespannt, beide am Handy! Leute, ihr müsst reden! Erstmal alles auf Twitter und Instagram posten, Alter, ey! Score City, bald sind wir da! Ich will mir so viele Sachen ansehen, da gibt's diesen riesigen Turm und natürlich das Score City Stadium, das liefern, äh, das liefern wir beide uns, äh, weiß ich, keiner, wahrscheinlich den Showdown der Showdowns! Ganz gala! Nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen! Ich bin gespannt! Okay, Leute, wir machen jetzt hier eine kleine Pause! Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit! Achter Orden wurde geholt! Im nächsten Part geht's weiter mit dem Champ! Ich bin ready! Ich hoffe, es geht weiter! Kann aus deiner Story weitergehen mit Session Summer Center? Ich bin gespannt! Leute, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Däumchen da! Support is appreciated! Je mehr Likes, desto mehr Parts! Ihr wisst Bescheid! Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!